Wir haben momentan eine ganz andere Krise, als vielleicht viele von uns denken. Es geht momentan eigentlich weniger um die Wirtschaftskrise, um den Verfall unseres Bankensystems, um den Untergang des Einzelhandels oder auch um die sehr, sehr schwerwiegenden Folgen dieser Pandemie-Politik, sondern es geht um eine ganz andere Krise und in diesem Video werden wir uns diese Krise mal genauer ansehen. Und wie immer gibt es ganz am Schluss auch nochmal einen Artikel, der mich persönlich einfach nochmal wachgerüttelt hat, in welcher katastrophalen Situation wir uns momentan alle befinden. Denn unsere Krise ist wie gesagt nicht hauptsächlich die Wirtschaftskrise, also definitiv die Realwirtschaft ist wirklich in einer Drucksituation. Der deutsche Mittelstand wird momentan ausgemerzt, hat man das Gefühl. Wir haben lauter Zombie-Unternehmen, die sich immer nur über Wasser halten können, weil es momentan günstige Kredite gibt. Und wir haben sogar auch viele Insolvenzen, die jetzt schon im Einzelhandel stattgefunden haben. Also die Insolvenzenwelle, die wir auch angekündigt haben vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ist jetzt mittlerweile auch im Einzelhandel und auch im Energiebereich wirklich gekommen. Also gerade im Energiebereich haben jetzt immer mehr Stromanbieter beispielsweise für sich die Segel gestrichen, haben gesagt, das geht einfach nicht mehr. Wir können aufgrund von der aktuellen Situation den Lieferengpässen oder eben auch den Preissteigerungen der Inflation, die ja auch durch die Pandemie indirekt durch die geldpolitischen Instrumente der Zentralbank zustande gekommen sind, können wir einfach nicht mehr weitermachen. Wir haben hier eine ganz klare gesellschaftliche Krise. Wenn du dich in deinem Umfeld umsiehst, dann siehst du einfach Menschen, die zum großen Teil unglücklich sind. Also es ist mir wirklich extrem aufgefallen, wenn man denn überhaupt noch jemanden beim Spazierengehen sieht oder in den Innenstädten, die toten Innenstädten, muss man dazu sagen, dann ist mir aufgefallen, dass wir hier eine sehr, sehr starke Hass-Tirade vorfinden. Also es ist momentan wirklich so, dass die Leute eher hasserfüllt sind, als dass sie Liebe versprühen, dass sie wirklich Mitmenschlichkeit versprühen. Und wie soll es auch funktionieren? Ich meine, wir wurden ja in den letzten zwei Jahren darauf getrimmt, sich möglichst zu isolieren, möglichst keine sozialen Kontakte zu pflegen, nur zu Hause zu bleiben. Wir bleiben zu Hause, war doch die große Kampagne. Was haben wir uns darüber gefreut? Und ich bin mir sehr sicher. Und ich kriege das Feedback ja auch hier immer wieder auf dem Erfolgskanal oder wir auch als Team, dass es einfach vielen geschadet hat. Diese Isolation führt zur Einsamkeit. Ich will nicht wissen, wie viel im Pflegeheim oder eben auch bei den ganzen Krankenhäusern keinen Besuch bekommen durften, weil es ja diese Regeln gab, diese Maßnahmen. Das ist wirklich traurig. Ich kenne viele beispielsweise, die ihre Großeltern einfach nicht mehr besuchen konnten, einfach weil die Pandemie gewütet hat und dort diese Regeln festgelegt wurden. Das heißt, sie wurden dann einfach, sage ich mal, nicht getrennt bzw. wurden voneinander getrennt und konnten sich dann nicht nochmal verabschieden. Also es sind wirklich Situationen, die wünsche ich keinem. Auf der anderen Seite, wir haben eine gesellschaftliche Krise momentan in der Richtung, dass wir auf der einen Seite die absoluten Pandemiegewinner haben, die sich die Taschen momentan voll schaufeln, die die großen Profiteure davon sind und wir haben auf der anderen Seite die absolut krassen Verlierer. Das können die Besitzer von Läden sein in den Innenstädten, das kann der Einzelhandel sein, der durch diese Maßnahmen eigentlich zugrunde geht oder das können natürlich auch die ganzen Beschäftigten sein, die entweder ihre Minijobs verloren haben, ihre Festanstellungen verloren haben oder aber auch generell einfach nicht wissen, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich meine, in dieser Politik ist ja momentan eigentlich jede Hemmschwelle erreicht. Also die sagen immer wieder, es muss noch drastischere Maßnahmen geben. Was ist denn noch drastischer? Vielleicht ein Berufsverbot für alle, die sich nicht 2G unterwerfen. Also es ist momentan eine sehr gesellschaftliche Krise vorhanden. Natürlich auch bedingt dadurch, dass immer wieder gespalten wird. Es gibt ja nur noch Gut und Böse. Es gibt nichts mehr da drinne. Ein Mensch kann eben nur böse oder gut sein. Und je nachdem, ob man sich für 2G ausspricht oder gegen 2G, alles, was da drinne ist, ist fast schon ausgestorben. Und man hat ja auch hier schon das Gefühl, wenn man sich gegen oder für diese Maßnahmen ausspricht, irgendeinen hat man dann immer als Feind und den anderen hat man als Freund. Also das ist momentan eine gesellschaftliche Problematik. Und natürlich auch, und das sind Vergleiche, die ich persönlich auch wiederfinden muss. Ich muss sie einfach auch äußern, es sind wirklich auch teilweise Zustände, wie im Zweiten Weltkrieg, zumindest wie man eine bestimmte Gruppe von Menschen momentan eigentlich gegen die Wand stellt. Im wahrsten Sinne des Wortes fast schon will ich gar nicht aussprechen. Wenn wir noch härtere Maßnahmen hier vonstatten bringen wollen, was damit gemeint ist, wenn sich die 2G-Regelung, wenn man die nicht akzeptiert, ist jetzt wirklich Satire, dann könnte man ja sagen, okay, was dann für eine letzte Konsequenz ist, wenn die sich wieder setzen. Also, oh Mann, also diese Gedanken. Und man kann sie eigentlich nur äußern, wenn man wirklich die letzten 2 Jahre auch einfach miterlebt hat. Also diese Pandemie wirklich auch selber betroffen. Ja, selber auch im Team, die natürlich auch ganz normale Jobs haben. Also die haben teilweise eben auch ihre Existenz einfach mal, ja, sage ich mal, angebrückelt gesehen. Haben vielleicht auch Minijobs verloren, die sie sonst hatten. Also es ist momentan eine absolute gesellschaftliche Krise. Und was mir jetzt eben auch nochmal aufgefallen ist, und dieser Artikel, der zeigt es einem doch einfach auch, wie momentan die Menschen zum großen Teil drauf sind. Es gibt, wie gesagt, nur noch eine Ellenbogenthematik. Es gibt nur noch die Einschätzung, ich bin richtig, die anderen sind alle falsch. Und das, finde ich, ist momentan auch so ein bisschen dieses Statement. Und glaube mir, auch wir können uns irren. Auch wir machen Fehler. Auch wir beispielsweise haben bei dem türkischen Lira-Videos auch gesagt, dass diese Währung in der Türkei weiterfallen wird. Was ist passiert? Es kam zumindest kurzfristig ein Schub nach oben. Also auch wir sind nicht unfehlbar. Und das ist, denke ich mal, die wichtigste Sache, die ich hier mit diesem Video auch weiterbringen möchte. Versuchen wir uns doch noch mehr in andere Menschen hineinzuversetzen. Das sind ja alles Positionen, die nachvollziehbar sind in gewisser Weise. Es gibt nicht nur irrationale Entscheidungen da draußen. Oftmals ist es eben einmal das Thema Angst, einmal ist es das Thema Gier. Das sind natürlich alles Triebe, die uns Menschen, sage ich mal, beeinflussen, warum Menschen eben so handeln, wie sie handeln. Und man muss einfach dazu sagen, das hat mir einfach nochmal gezeigt, in welcher gesellschaftlichen Krise wir uns bewegen. Und ich würde mich echt mal freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, wie wir das Ganze vielleicht auch lösen können. Das wäre auch mal interessant. Denn die Welt hat tatsächlich jetzt auch mit einer Überschrift brilliert, Auflauern und Kleiderbügelattacken. Handel klagt über immer aggressivere Kunden. Also es ist tatsächlich, in vielen Einzelhändlerläden hat man tatsächlich das Gefühl, die Leute sind so aggressiv geworden. Das heißt, die haben sowohl psychisch als auch physische Gewalt auf die Mitarbeiter dort einfach ausgeübt. Also gerade auch, wenn man eben in den Laden nicht rein durfte, weil man vielleicht nicht 2G erfüllt. Da sind dann teilweise auch die Fäuste geflogen. Oder eben auch irgendwelche Gegenstände wurden geworfen. Also natürlich ist es das eine, sage ich mal, das nicht zu akzeptieren. Es ist aber das andere, dann wirklich jemanden da nochmal sich das herauszunehmen, wirklich physische oder psychische Gewalt auszuüben, finde ich persönlich ein absolutes No-Go. Aber ich kann es auch wieder in gewisser Weise nachvollziehen, weil diese Kunden einfach so gebeutelt sind durch diese Pandemie. Ich meine, ich kenne Leute, die waren vor dieser Pandemie regelmäßig trainieren, haben sich gesund ernährt und waren absolut fit. Also wahrscheinlich hätten die auch, wenn die das bekommen hätten, hätten die das einfach weggesteckt, als wenn es nichts gewesen wäre. Und jetzt durch diese Lockdowns, durch die Isolation, durch das Verbieten teilweise von Trainingseinheiten, weil sie vielleicht 2G nicht erfüllen, das muss man einfach ganz klar sagen, die sind momentan nicht mehr die gleichen Menschen wie vorher. Die haben sich richtig runtergewirtschaftet. Selber schuld, man weiß es nicht. Es sind ja die äußeren Umstände, die sie dazu geführt haben. Und es ist nämlich nicht jeder dann so zielstrebig und sagen kann, okay, dann gehe ich ja zu Hause joggen, spazieren und mache meine Homeworkouts. Da kenne ich, wie gesagt, viele, die das leider dann nicht so umsetzen konnten. Das heißt, meine Frage an dich, wie können wir diese gesellschaftliche Krise lösen? Was ist vielleicht das Puzzleteil, das wir hier noch nicht wirklich auf dem Tisch haben, was uns fehlt? Schreibe es gerne mal in die Kommentare und teile dieses Video. Das ist wirklich mir auch ein wichtiges Anliegen, dass wir einfach trotz dieser Spaltung, die dort vorherrscht, von den Mainstream-Medien teilweise, von alternativen Medien natürlich auch teilweise, es ist nicht nur der eine schlimm, es ist wie im Kindergarten, er war schuld, sondern es sind oftmals, ist es eben die Mitte, die denn die Wahrheit zeigt. Und deswegen, wir sollten uns einfach selber auch mal, ja, hört sich immer plakativ an, oder eben so ein bisschen an die Nase fassen, uns überlegen, was sind denn die Gedanken, die wir momentan auch von anderen denken, die wir vielleicht übernommen haben, die vielleicht uns gar nicht die eigene Meinung widerspiegeln. Das ist, denke ich mal, in der Zeit wichtig. Und natürlich auch viel Bewegung, gesunde Ernährung, das ist im Endeffekt die Basis von einem guten Leben. Das ist, glaube ich, auch nochmal schlimm, wenn man jetzt das alles miterlebt und hat trotzdem auch nochmal, frisst die ganze Zeit, ja, Mist in sich hinein, bewegt sich nicht. Ich glaube, das ist nochmal der Booster dafür. Gut, dieses Wort ist ja auch jetzt schon fast schon nicht mehr neutral zu nennen für diese aktuelle gesellschaftliche Krise. Dementsprechend, ich freue mich auf dein Feedback und abonniere nicht vergessen, hier kommen weitere Videos zum Thema aktuelle Situation, Geldanlage, Finanzen, Wirtschaft. Darauf legen wir den Fokus und dementsprechend sehen wir uns hier das nächste Mal auf dem Erfolgskanal. .